Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworlds Soesturm. Wir müssen hier nochmal ein kleines Stück erneut spielen, weil der Checkpoint weiter vorn war und es deswegen hier nicht dieses kleine Stück noch gespeichert hat. Wir sind ja in letzter Folge hier hängengeblieben. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das jetzt hoffentlich zeitnah mal gelöst kriegen. Als erstes müssen wir warten, bis der Typ hier runterläuft, damit er mitstirbt, sobald wir die Gebräuflasche werfen. Und es wäre schön, wenn er das heute noch tun würde. Come on, du möchtest das auch. Wir werfen schon mal eine dorthin. Lauf rüber. Er macht es nicht mehr, aber das hat er doch da sonst immer gemacht. Kriege ich den hier so ein bisschen auf aggressiv? Ja, vielleicht läuft er ja dann rüber. Irgendwie nicht. Sache ist, wenn ich das jetzt hier hinwerfe, jetzt. Bam. Nein, warum rennt er wieder zurück? Mach hier überall Gebräu hin. Lauf nochmal rüber. Weil es klappt es auch. Ja, das sieht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Jetzt haben wir ihn eingesperrt. Jetzt fängt er auch die ganze Zeit an, help zu schreien. Das machen die nämlich, glaube ich, nur, wenn Feuer in der Nähe ist. So, es ist alles schön kaputt gegangen, aber weiter kommen wir dadurch immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob dieser Hebel da unten, der macht nur unten die Tür auf, ne? Weiß nicht, ob wir ihn jetzt trotzdem noch irgendwie hier abgefackelt kriegen. So, komm, er steht doch im Feuer. Er lebt trotzdem weiter, ne? Ach, Mist. Dann machen wir mal ganz kurz hier drüben aus. Dass wir rüberspringen können. Dann nehmen wir noch eine Gebräuflasche in die Hand, weil ganz ehrlich, den würde ich schon gerne tot haben. Und dann machen wir halt so. Geht auch so. Nein, nicht da. Boah, ich dachte schon, ich springe jetzt da runter. Ja, dann geht halt aus dem Weg. Irgendwie bringt das schon wieder gar nichts. Dann springen wir erstmal komplett runter. Na. Ja, ihr seid aber auch wirklich, ne? Die Kuh wie ein Toastbrot. Hier geht hier drüben halt die Geschichte auf. Aber das ändert ja, wir lassen die jetzt erstmal hier kurz warten. Nein. Können wir hier irgendwie, kommen wir jetzt gar nicht mehr hoch, ne? Ah, nein. Können wir denn beim Springen Feuer löschen? Nein, können wir nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Wir hätten das vorher mal richtig ausmachen müssen. Na, vielleicht kommen wir so. Eine kleine Kante habe ich ja ausge... Nein, komm, nicht abrennen jetzt. Danke. So, dann machen wir es eben so. Nein. Jetzt haben wir hier erstmal gelöscht. Wir müssen irgendwie da oben dieses leuchtende Ding kaputt machen. Die Tür oben ist immer noch zu. Chanten können wir auch nicht. Und wenn wir hier Feuer dran werfen, passiert uns. Ich dachte halt erst, dass wir wirklich das Feuer hier einmal rum rum leiten. Drum herum leiten natürlich. Jetzt haben wir allerdings auch schon wieder nicht mehr genügend Gebräuflaschen. Ich weiß nicht, die Tür hier unten ist jetzt aufgegangen. Eventuell sollen es das ja einfach... Gab es hier so einen Automaten oder sowas? Hier, dass wir einfach nur die Möglichkeit haben, uns wieder Gebräuflaschen zu holen, weil ich... Na, wir haben nicht genügend Mula. Und hier? Recycle Station. Ja, es ist eine gute Frage. Da oben, das Ding haben wir ja vorhin kaputt gemacht, aber das Ding hier, da komme ich einfach nicht ran. Egal, was ich werfe. Auch wenn es Steine... Na gut, mit Stein vielleicht. Haben wir das schon probiert? Ach, jawohl. Alles klar. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge, hatte ich eine Gebräuflasche oder so geworfen. Die kommt einfach nicht so weit wie ein Steinchen. Wir haben das Rätsel gelöst. Jetzt können wir hier nochmal aufmachen, warum auch immer. Zumindest können wir uns hier die Gebräuflaschen noch mitnehmen. Achso, deswegen. Ja, war eine schwere Geburt. Tut mir leid, bin ich drauf gekommen, die Steine zu werfen. Was hätte das Spiel gemacht, wenn wir jetzt schon alle Steine verworfen hätten? Hätte ich auch ganz gerne mal gewusst. Hier oben ist ein Slick. Das finde ich nicht so sick. Äh, ja, was machen wir mit ihnen? Wir können hier erstmal zumachen. Ich sage es, wenn wir jetzt schnell hier rüberlaufen, sieht uns der doch nicht. Es ist nur die Frage, ob wir wieder irgendwas verpassen da oben. Lass die mal kurz warten. Aber außer den Slicks sehe ich nichts. Hier geht es ja auch nicht nochmal rein, oder? Kann ich hier... Ne. Na gut, dann machen wir halt weiter. Oh, Videosequenz. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Die Slick-Mama wartet auf uns. Die Slick-Mama wurde aktiviert. Pass auf. Hat dieser unvorsichtige Slick etwa einen Gastank unter der Slick-Mama platziert? Hm, na wenn das mal kein Hinweis ist. Wir kriegen noch ein paar Gebräuflaschen. Hier wird genau dasselbe wahrscheinlich nochmal draufstehen. Richtig. Ich möchte es trotzdem immer aktivieren, weil ich habe Angst, dass irgendwann mal nicht dasselbe draufsteht. Wir müssten... Ne, das müssen wir nicht selber abbrennen. Ich denke mal, die Slick-Mama wird das hier für uns abschießen. Müssen wir mal gucken, wann die aktiviert. Jetzt aktiviert sie. Kommt mit hoch. Kommt mit hoch. Kommt mit hoch. Kommt doch mit hoch. Wahnsinn. Ätter mal solche Lebewesen, die überhaupt gar kein Interesse dran haben, zu überleben. So. Das heißt, wir können die schießen lassen, ne? Aber hier oben hin wird es eher schwierig. Das heißt, wir müssen von der anderen Seite hochklettern. Sieht die uns denn jetzt auch so? Ja, die sieht uns. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? So. Nein. Alles klar. Guck mal hier. Hier bin ich. Uhu. Möchte nicht. Erst weg, Mama. Na, das war aber schlecht getroffen. Ja, besser. Unten können wir sie noch kaputt machen lassen. Oh, jetzt wird sie aber langsam ein bisschen schneller, was die Schussrate angeht. Hier unten wäre noch cool. Guck mal hier. Irgendwie sieht sie uns hier unten nicht so richtig. Trifft halt auch irgendwie nicht. Hier könntest du nochmal reinschießen. Da trifft sie irgendwie immer nur da vorne an das Ding. Das ist irgendwie etwas doof. Hallo. Hier oben. Mit der oberen schießen. Nicht mit dem unteren. Ja. Au. Was wir das überlebt haben. Wundert mich sehr. Irgendwie müssen wir sie dazu kriegen. Spring doch. Ich hab auf springen gedrückt. Er hat zu lange gebraucht. Ach, Mist. Entschuldigung. Wir müssen nochmal schnell. Ich lege sie hier sogar ein Stück nach vorne, damit es schneller geht. Danke. Ist doch gut. So, wir machen hier drüben weiter. Schnell rüber. Jetzt müssen wir mal schauen. Ganz komisch, dass das Ding trotzdem die ganze Zeit jetzt weiterschießt. Obwohl ich gar nicht hier bin. Jetzt siehst du mich. Genau. Mach mal kaputt. Oh. Ich nehme ein paar Meter Abstand. Es bleibt immer da vorne hängen, das scheiß Ding. Ich glaube, wir müssen... Jetzt. Wir haben es geschafft. Müssen wir es... Ne, wir müssen nochmal da oben. Ach, das ist mir hier irgendwie... Wenn die dann so schnell schießt... Ein bisschen Respekt davor. Wir müssen hier drüben hin. Sonst schießt die nicht... Da drüber. Wir müssen die mit dem oberen erwischen. Genau. Jetzt. Schieß. Schießt irgendwie die ganze Zeit nur mit dem unteren. Jetzt. Jawohl. Jetzt haben wir es. Dafür, dass hier überhaupt nichts drin war... Hat sich das gar nicht gelohnt. Gut. Wie wir die hier unten hinkriegen genau... Bin ich mir nicht ganz sicher. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Ich würde sagen, wir lassen unsere Homeboys erstmal oben stehen. Nein. Hä? Was ist denn das? Nein, wir sind im... Ach, Manu. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie da unten... Also das Ganze abschießen lassen. Hier oben klingt überhaupt nichts. Ich dachte, da sind coole Sachen drin. Unten wäre halt noch hier... ... ein Gelee Royale. Aber wegen einem Gelee Royale. Also da unten habe ich es sowieso noch nicht hinbekommen. Und ja. Also ich weiß nicht, wozu wir das da oben alles abrennen lassen müssen. Aber das macht für mich ehrlich gesagt gar keinen Sinn. Das heißt, wir müssen eine Gebräuflasche auswählen. Wir müssen hier einmal vor. Wir müssten zumindest erstmal hier oben dran schießen lassen. Weil ich habe keine Lust, wenn wir in der Etage tiefer stehen, dass genau das hier passiert. So, dann können wir hier erstmal in Deckung bleiben. Wir warten jetzt ab, bis das abbrennt. Weil hier so richtig hier unten hin kommt das Teil nicht. Sehe ich das richtig? Ja. Dafür ist es zu doof. Das heißt, wir löschen einmal. Nehmen eine Gebräuflasche. Ich versuche mal so einen langen Wurf. Ah, es war schon gar nicht so verkehrt. Noch ein Stückchen weiter. Komm schon. Jawohl. Jetzt bloß nicht erwischen lassen. Ach, wir müssen noch weiter rüber, oder? Shit, hat doch noch nicht gereicht. Nochmal. Los. Brenn diesen Gastank da hinten ab. Kann nicht auf drei Sachen gleichzeitig gucken. Wenn wir hier stehen, sind wir erstmal safe. Ähm, ja. Also wir müssen irgendwie entweder doch noch weiter vor, oder keine Ahnung was. Wenn ich weiter vorläufe, laufe, läufe, dann, ja, kommt das Ding hier runter. Genau das wollte ich gerade sagen. Okay. Irgendwie reicht's noch nicht. Wir müssen weiter rüberkommen mit dem Spaß. Warten wir jetzt erstmal, bis es schießt. Und, nein, das wird um... Nein! Gott, ich weiß nicht, wie viel wir noch aushalten. Ich glaube, eins... Noch eins ist nicht mehr drin. Es brennt doch schon da hinten. Es reicht aber noch nicht. Ich will nicht von oben werfen. Oben sterben wir definitiv. Das war kürzer. Wir haben ja nicht mehr so viele Gebräuflaschen. Also ich darf hier nicht mehr so lange drüben probieren. So. Nein! Schnell weg! Kriegen halt auch kaum was gelöscht, ne? Wir haben hier bloß so eine halbe Sekunde Zeit. Wir müssen hier ein bisschen löschen. Anders geht's nicht. Na gut, aber wenn's uns nicht entdeckt... Wohl, uns entdeckt's immer, ne? Wenn ich jetzt hier stehen bleib, haben wir jetzt hier mehr Zeit. Weil es uns nicht sieht. Ja! Oh, jetzt sieht's uns. Wir müssen weg. Äh! Wir gehen nochmal hier oben hin. Dann ist das Teil irgendwie so... Uah! Eine halbe Sekunde abgelenkt. Nein! Und jetzt Gebräuflasche werfen. Jawohl! Und nochmal. Jawohl! Und nochmal. Komm schon! Jetzt haben wir's. Jawohl, wir haben's geschafft. Die Slick-Mama ist besiegt. Haben das eine Schilero? Ja, jetzt hier unten nicht, aber... Was soll's? Ich bin froh, dass wir's hingekriegt haben, ohne zu sterben. Ne, doch, wir sind gestorben. Kriegen wir noch Gebräuflaschen hier oben? Kriegen wir. So, dann kommt mal mit. Das war doch mal witzig, oder? Also mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich lösche das, weil wenn ich drüber springe, seh ich schon, dass unsere Kumpels durchlaufen. Ah, hier ist ja noch einer. Hey, hoch mit euch. Kommt! Kommt! Nein! Das ist wohl der, der in der Slick-Mama saß, aber er steht auch nicht wirklich auf. Kommt ihr mit? Hallo! Wir brauchen echt immer eine Extra-Einladung, ne? Hier ist nix weiter. Ah, ich hätte wahrscheinlich auch hier oben mit denen langlaufen können. Naja. Was soll's. Was ist denn da hinten? Ist das ein gepanzerter Slick? Ich ahne, Schlimmes. Ganz, ganz viel Schlimmes. Ach du Scheiße. Können wir denn mal wieder Charm? Ja, wir können. Na dann ist doch alles in Ordnung. Was hat der? Laser-Waffen. Ähm. Nein! Was war denn jetzt? Warum? Hä? Hä? Sollen wir jetzt von dem anderen Slick? Erwischt oder was war jetzt los? Die explodieren irgendwie direkt. Könnt ihr euch eigentlich gerne fernsteuern. Nehmen wir nochmal ihn hier. Und dann machen wir so. Können wir jetzt hier die Kisten noch abballern? Springen können wir mit denen ja nicht. Nö, dann würde ich sagen, tschüss mein Guder. Ach, endlich mal wieder Charm. Guck mal noch schnell hier oben. Ihr wartet mal da unten. Naja, noch ein paar Steine. Ich glaube, wir werden erst am Ende des Zuges ein Vogelportal bekommen. Dass wir die wirklich jetzt die ganze Zeit mit schleppen müssen. Aber es sind ja nur zwei. Wir haben schon wieder vier Stück verloren. Oh oh. Könnt ihr nochmal hier runter schauen? Aber ich sehe nicht so wirklich, was das bringen soll. Nö. Vogelportal. Will man einmal schlau sein, was cooles sagen. Und das Spiel sagt einem direkt, nö, ist nicht. So, kommt ihr? Hallo. Sind die jetzt schon reingesprungen? Ne. Hä? Hä? Wöcht ihr gesagt mitkommen? Komm, springt rein. Zack. Ah, das ist sozusagen der Safety-Wagon. Gut. Ja, da runter kommen wir eh nicht, also machen wir weiter. Wir können ihn anhalten. Machen wir natürlich auch. Und damit haben wir es geschafft. Ein Zug in die Entführung gestohlen. 43 Minuten insgesamt. Wahnsinn. Haben tatsächlich nur zwei von 15 Mudokons gerettet. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Es tut mir leid, aber Spaß macht es trotzdem und ich hoffe euch auch beim Zuschauen. Und naja, was will man machen, ne? Ich werde das natürlich alles nochmal perfekt durchspielen, wenn ich nicht mehr aufnehme. Versprochen. So, naja, dann machen wir aber an der Stelle erstmal Schluss. Wir sind noch nicht ganz bei 20 Minuten, aber bevor wir jetzt eine neue Folge anfangen, machen wir hier erstmal an der Stelle Stopp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.